Während sich die Mimik der Menschen über die Jahrhunderte hinweg nicht sehr stark verändert hat, denn wir haben ja immer noch die gleichen Emotionen, Gefühle und Gedanken, ist die Körpersprache immer wieder auch neuen Trends und Moden unterlegen. Das sind kulturelle Einflüsse, aber da gibt es noch ganz andere. Lass dich überraschen. Für Menschen, die sich für Körpersprache interessieren, ist der Griff zum Kinn oder der Griff zum Ohr, das Reiben der Nase oder das Verschränken der Arme typische Zeichen für Körpersprache. Tatsächlich hat Körpersprache nicht nur etwas mit Gestik zu tun oder mit dem Verschränken von Armen oder Aufstützen an der Hüfte, oder tatsächlich hat Körpersprache auch etwas mit Alltagsgesten zu tun. Dazu gehört zum Beispiel der Griff zu einer Tasse. Schon dies kann uns sehr viel verraten. Noch vor Jahrzehnten war eine der häufigsten körpersprachlichen Bewegungen der Blick zur Uhr. Wie ist der entstanden? Interessanterweise ist dies eine Körpersprache, die noch nicht sehr alt ist, der Blick zur Uhr am Handgelenk. Noch im Ersten Weltkrieg waren Soldaten mit einer Taschenuhr ausgestattet. Und es war für sie sehr umständlich, möglicherweise in einer Schlacht in die Tasche zu greifen, die Uhr herauszuholen, sie aufzuklappen und nachzuschauen, sie wieder zuzuklappen und wieder zurückzuführen. So begann der Aufstieg der Armbanduhr. Heute spielt die Armbanduhr immer weniger eine Rolle. Sie ist häufig nur noch ein Statussymbol, denn wir holen uns die Uhrzeit ganz woanders. Immer häufiger holen wir uns die Uhrzeit bei unserem Smartphone. Hier leuchtet sie uns schon entgegen und teilt uns mit, wann wir demnächst wieder geweckt werden wollen, wann das nächste Meeting ist oder welche Uhrzeit denn jetzt gerade in Honolulu ist. Das Smartphone hat unsere Körpersprache verändert. Der Griff zum Smartphone bestimmt das Leben. Eine der häufigsten Körpersprachen ist deshalb das Bewegen der Finger auf dem Smartphone. Tatsächlich verändert es nicht nur in der Bewegung unser Leben. Der Griff zum Smartphone hat auch körperliche Folgen. Der Griff zum Smartphone, das Blicken auf das Smartphone und möglicherweise sich selbst fortbewegen, also Laufen, während wir auf das Smartphone blicken, hat einen sehr großen Einfluss auf unsere Körpersprache. Natürlich auch auf unsere ganze Muskulatur, auf die Haltung unserer Wirbelsäule, auf unsere Gesundheit. So fügt sich Körpersprache, Gesundheit und modische Trends zusammen. Wer aufrecht durchs Leben gehen will, der blickt besser nicht so häufig nach unten zu seinem Smartphone. Wer nach unten blickt, riskiert Haltungsschäden. Wer dauerhaft nach unten blickt, riskiert auch, dass seine Stimmung sich verändert. Denn unsere Stimmungslage, unsere Gefühlslage wird auch durch unsere Körpersprache bestimmt. Das ständige Blicken nach unten lässt uns traurig werden. Vielleicht sollten wir über diesen Ansatz mal nachdenken. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich auf dein Like und abonniere meinen YouTube-Channel, um noch mehr Videos zu sehen. Wenn du noch mehr Informationen zum Thema Gesichtlesen haben möchtest, dann geh auf meine Webseite www.gesicht-lesen.de Ich sehe dich! Vielen Dank! Vielen Dank.